Courtyard bei Marriott Gelsenkirchen Qualität und Komfort definieren wir als ein Versprechen, Freundlichkeit und Service als eine Selbstverständlichkeit und Gastfreundschaft als einen Anspruch. Sind unsere Gäste zufrieden, sind wir es noch mehr. Denn das zufriedene Lächeln unserer Gäste ist unsere Motivation, Service unsere Leidenschaft. Herzlich Willkommen im Courtyard bei Marriott Gelsenkirchen. Den ersten Impuls zum Wohlfühlen setzt unsere lichtdurchflutete Lobby mit ihrem offenen und modernen Raumkonzept. Unser kompetentes Front-Office-Team empfängt Sie mit Charme und Zuvorkommnis, rund um die Uhr. Sind Sie geschäftlich bei uns oder privat? Besuchen Sie ein Event oder den FC Schalke 04 in der Veltins Arena und möchten vorher oder danach den Komfort eines Top-Hotels genießen? Dann sind Sie bei uns genau richtig und direkt nebenan. 193 Gästezimmer in den Kategorien Deluxe, Executive und Studio laden Sie mit allem Komfort zum Erholen und Auftanken ein. Wünschen Sie noch mehr Raum für individuelle Freiheit? Dann sind unsere fünf Suiten die Antwort darauf. Genießen Sie in mediterraner Atmosphäre die Köstlichkeiten unseres Restaurants Green Olive. Erleben Sie Geselligkeit, wenn Sie es wünschen, in unserer Harry's Bar. Wir planen Ihr Meeting, Ihre Tagung oder auch Ihre Feierlichkeit ganz nach Ihren Vorstellungen. Neun funktionale Tagungs- und Meetingräume bieten den komfortablen Rahmen. Erwarten Sie moderne Veranstaltungstechnik, professionellen Service und erstklassige Bewirtung. Unser Business Center steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Courtyard by Marriott Gelsenkirchen – die perfekte Wahl auch für Geschäftsreisende. Sollte Ihnen nach Fitness oder Entspannung zumute sein, führt Sie Ihr Weg in die 11. Etage. Unser Fitnessbereich empfängt Sie mit modernen Trainingsgeräten, Solarium, Sauna und Dampfbad. Sowie einer grandiosen Aussicht aufs Revier. Courtyard by Marriott Gelsenkirchen. Vis-à-vis der Felddienst-Arena. Mit direkten Übergang zu Medikos auf Schalke, dem renommierten Gesundheits- und Rehabilitationszentrum. Ideal gelegen nahe der Autobahnen A2 und A42. Courtyard by Marriott Gelsenkirchen. Zum Wohlfühlen. Herzlich Willkommen bei uns! 4-5-4-1-2-0-4-1-3-2-3-7-2-2-4-1-1. KF-121-2-5-1-1-2-6-2-5-1-3-1-1-2-0-4-3-4-5-1-3-4-5-1-5-1-4-5-1-4-1-6-1-3-2-1-4-1-4-5-2-2-5-2.